Herzlich willkommen zum ersten Gameplay-Zusammenschnitt auf diesem Kanal. Wir sind in 2K25 drin und haben gerade den Gegner gesehen. Wir spielen gegen Reims 10, der einen Sieg hat, genauso wie ich. Ich bin auch ungeschlagen, ich stehe 1-0 und gewinne den Tip-Off mit Giannis Antetokounmpo, der auch direkt die ersten Punkte macht nach Assist von Kevin Durant. Ich sag direkt, Giannis Antetokounmpo, diese Free-Agent-Karte, ist die overpoweredste Karte im Game. Klar gibt es Leute, die shooten können, aber Giannis, und man sieht es ja auch beim Gegner, der marschiert einfach durch, wie er es braucht. Es ist wirklich brutal. Giannis wieder am Ball bei mir. Wir haben Yao Ming als Gegenspieler für Giannis. Der ist zwar sehr groß, aber viel zu langsam. Gegner bleibt aber dran. Es ist relativ schnell geschnitten. Ich hoffe, das ist so okay für euch. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es für euch gar nicht geht. Ich habe es das letzte Jahr auch so gemacht und es war eigentlich in Ordnung. Wenn es gefällt, lasst gerne ein Like da. Der Gegner kommt mit Yao Ming in die Zone. Wir sind mit Giannis Antetokounmpo aber wirklich gut aufgestellt. Er hat halt Giannis auf Power Forward, wo dann Kevin Durant von uns gegen ihn spielt. Da hat jeder so seinen Mismatch. Wir verwerfen den nächsten Wurf, nachdem Giannis eben bei uns Punkte gemacht hat. Gegner führt schon mit einem und macht den nächsten rein mit Layup. Michael Jordan. Krass. Erster Wurf von Mr. Saric macht den Dreier rein. Green Release. Das ist das, was ich immer geil finde, wenn ein Big Man auch shooten kann. Deshalb bin ich so interessiert an Diamond Shang-Gün. Der hat halt einen guten Dreier. Genauso wie hier Darius Saric. Mit dem ins Pick and Fade reingehen. Ist einfach wunderbar. Auch hier suche ich das wieder mit Derrick Rose zusammen. Und der nächste Green Release. Zur Führung 11 zu 9. Jason Tatum hier gegen Jason Tatum. Er dribbelt ein bisschen rum. Hat aber auch noch nicht so richtig herausgefunden, wie man einen guten Speedboost rauskriegt. Am Ende rettet ihn Michael Jordan mit dem Layup zum 11 zu 11. Mr. Derrick Rose hier mit dem Drive. Auch einfach brutal. Wenn der Screen sitzt und Derrick Rose alleine zum Korb durchgeht, dann sind es zwei Punkte. Dann ist es GG's. 13-13. Derrick Rose wieder zum Korb im Fastbreak. Wenn der Gegner nicht aufpasst, dann muss ich das nutzen. Genau das gleiche mit Vince Carter. Das ist einfach nur stark. Die zwei Karten zusammen sind eine Augenweide. Hier haben wir jetzt gerade Jamal Murray bei ihm. Er hat seine Bank reingebracht. Und das ist Jalen Green von den Houston Rockets. Nicht die stärkste Bank, aber auch die Spieler machen ihr Ding. Denn Derrick Rose mit dem Wurf in letzter Sekunde macht es leider nicht. Deswegen 15 zu 15 nach dem ersten Viertel. Das ist für Showdown-Verhältnisse Highscoring. Beziehungsweise schlechte Defense auf beiden Seiten. Wir konnten nicht viel stoppen. Gegner ist wieder am Start mit Jalen Green. Der hat gutes Tempo. Aber hat nicht diese Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel ein Derrick Rose oder andere Spieler. Wir laufen das Fastbreak. Tatum mit dem Assist auf Saric und der Easy Dunk für unseren Squad zur Führung. Wieder Jamal Murray mit dem Stepback. Giannis kann nicht werfen. Das wissen wir. Verteidigen es dementsprechend. Aber der Move, der war nicht von schlechten Eltern. Die nächsten zwei Punkte für den Gegner. Kyrie Irving geht durch. Mein Bankpoint-Guard zu diesem Zeitpunkt. Hier total gepennt in der Defense. Aber Giannis räumt auf. Jordan holt den Ball. Loose Ball geholt. Das ist Ray Allen, der Free Agent. Den habe ich auch noch gehabt zu dem Zeitpunkt. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Assist für Giannis. Hier der Stil. Diese Ray Allen-Karte hat in diesem Spiel einfach ihren Job gemacht. Und Giannis kann ganz einfach durchgehen. Der ist da nicht mehr aufzuhalten. Reims weiß das. Und geht raus. Nächstes Game mit Derrick Rose. Edwards Free Agent. Giannis Free Agent. Kareem Free Agent. Und auch dem Vince Carter aus dem Pro Pass. Er hat noch keinen Sieg. Ich weiß nicht, wie viele Niederlagen er hat. Das wird leider nicht mehr angezeigt. Ich finde es aber ehrlich gesagt. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Für die mentale Gesundheit der Spieler ist es tatsächlich besser, wenn diese Win-Lose nicht angezeigt wird. Das habe ich jetzt bei mir schon gemerkt. Weil ich bin jemand, der da sehr viel drauf gibt. Ich finde ich so, das ist so ein Teil, wo du deinen Stolz in der Community zeigen kannst. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sind überhaupt nicht so. Frag nicht, warum es bei mir so ist. Das ist halt mein kompetitiver Gamer-Gedanke. Man ist entspannter, glaube ich. Man geht entspannter in die Spiele rein, wenn man dann mal verloren hat. Auch in den Offline-Games, während wir hier den ersten Korb mit Kevin Durant getroffen haben, holen wir hier den Steal. Ja, würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das ist ganz gut, dass diese Niederlagen nicht mehr angezeigt werden. Wir führen schnell mit 4-0. Gegner kommt mit Step-Bags. Und das ist wirklich krass. Ihr werdet sehen, der Gegner nimmt nur Step-Bags. Aber er macht es gut. 4-3. Tatum kriegt keinen guten Wurf. Habe es wirklich schlecht gemacht. Auch ich mit dem Dribbling und dem Speedboosten zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht fit. Hier hat er mich komplett verladen. Und der Lucky Bounce wird zum Green Release. Das finde ich so geil, dass die Bälle nicht mehr nur Swish sind. Dass auch sowas mal ein Green Release sein kann. Ein Tweet von Mike Wang auf X hat gesagt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass dein Green Release nicht komplett in der Mitte war, sondern entweder zu weit oben oder zu weit unten. Und ich feiere das. Dass man so ein bisschen auch ein visuelles Feedback dafür kriegt, wie gut hat der Gegner hier seinen Wurf getroffen. Swish komplett in der Mitte. Und dann Lucky Bounces oder sowas. Das sind dann halt Würfe, wo der Gegner so ein bisschen am Green Window gekratzt hat. Hier Offensive Rebound von Yannis Antetokounmpo. Der Typ ist so eine Maschine. Geht mit 4-4-1 aus dem ersten Viertel raus. 11-7. Das sieht doch ganz gut aus. Besser als das Unentschieden im ersten Game. Aber auch hier muss man sich noch konzentrieren. Darius Saric mit dem Dank nach Jeremy Sohans Assist. Jeremy Sohans Release ist so langsam, aber er ist eigentlich so ein guter Spieler. Das Ding ist halt mit seiner starken Defense, mit seiner Größe, mit seinem Ballhandling und seinem Wurf kann er eigentlich alles machen. Alles macht hier gerade Darius Saric. Der Typ kann werfen. Der Typ hat verteidigt. Der Typ kann unterm Korb die End-Ones holen. Und den Freiburg hat er bestimmt auch reingemacht. Kyrie Irving mit Michael Jordan im Pick'n'Roll haben ihn hier verladen. Gegner mit Jason Tatum viel zu hektisch. Und hier, das ist eine Schwäche von Darius Saric. Verteidigen in der lateralen Bewegung. Wenn da ein Gegner kommt, der beweglich ist, dann wird es ziemlich schwer. Ich finde immer mit Darius Saric, der hier gerade wieder den Dreier reingemacht hat, ist es super schwer, Leute wie Yannis zu verteidigen. Hier super gespielt mit dem Auge Jeremy Sohan auf Michael Jordan. Corner 3. Wir führen mit 9 Punkten. Hier der Slipscreen. Ich werde noch ein Video zu den Pick'n'Roll-Möglichkeiten machen, damit ihr eure Gegner im Pick'n'Roll auch dominieren könnt. Das ist immer sehr, sehr nice, wenn man die Gegner so verladen kann. Der Cut mit Dreieck ist ja raus. Der Slipscreen ist eine Möglichkeit, wie man das wieder herstellen kann. Und Jeremy Sohan, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Der ist so langsam, aber wenn er den Platz hat, kann man ihn wirklich gut treffen. Hier erzwingt er einen Switch. Michael Jordan, Step-Back von Jamo Rand zum Buzzerbeater zur Halbzeit. Da werden nochmal 3 Punkte drauf gerechnet. 29 zu 22. Das war wirklich stark. Also seine Step-Back musste ich respektieren. Das ist schwer zu verteidigen. Yannis ist aber auch schwer zu verteidigen. Die nächsten 2 Punkte plus 7 für unser Team. Wieder ein Slipscreen. Vor allem gegen so langsame Spieler wie Laurie Markkinen ist das gar kein Problem. Jeremy Sohan mit dem Pick'n'Fade kriegt keine gute Wurfposition, weil es einfach zu lange dauert mit seinem Wurf. Der Layup, der war wirklich gar nichts. Und jetzt der Gegner mit der Möglichkeit für einen Fast-Break. Und das ist Vince Carter, der den Layup reinmacht. Es sind nur noch 5 Punkte. Derrick Rose versucht irgendwie was zu machen. Slipscreen wieder von Yannis. Und das sind Easy-Points. 2 Sekunden Shot-Clock ausgespielt. Kein guter Wurf für Yannis. Ich habe versucht noch irgendwie durchzukommen. Und jetzt auch wieder Fast-Break. Yannis vom Gegner. Easy-Dunk. Easy-Punkte. Jetzt müssen wir es schnell machen, weil der Gegner noch nicht so sortiert aussieht. Sohan ist da. Macht nochmal einen kleinen Fake und legt ihn rein für die nächsten Punkte. Plus 7. Gegner mit Anthony Edwards mit Moves. Okay, okay, Vince Carter keine Chance. Derrick Rose mit dem Drive. And one. Richtig stark gemacht. Da von hinten noch den Block versucht zu erzwingen. Keine Chance mit Derrick Rose. Wir werden allerdings auch abgeräumt. Das ist James Posey, wenn ich das richtig sehe. Auf Jamo Rand. Step Back. Shot Cancel. Und das ist wieder. Ist das Jimmy Butler oder ist das James Posey? Ich sehe, das müsste James Posey sein. Das ist ein krasser Spieler. Er hat 21 Goldplaketten in seiner Base-Version. Ist wahrscheinlich einer der besten Small-Forwards im Spiel, obwohl er nur ein Ruby ist. Wieder ein Step Back vom Gegner. Geht diesmal nicht rein. Das ist mit Jaron Jackson Jr. Das kannst du nicht machen. Und das wird bestraft. KD geht durch. Macht nochmal den Cancel. Und Yannis macht seine Punkte. 11 und 12. 6 Rebounds. Der Typ ist brutal. Wieder ein Punkt von Yannis. Diesmal auf der falschen Seite. Er macht das and one. Es sind 6 Punkte Abstand. Wir sind im letzten Viertel. 2,5 Minuten sind noch übrig. Und Jordan geht durch mit dem Layup. Beruhigt ein bisschen die Situation. Aber wir müssen aufpassen. Weil das war ein nicer Pull-Up von Anthony Edwards. Aber es ist nur noch eine Minute und wir führen mit 8. Gegner hat nochmal die Möglichkeit. Derrick Rose trifft den Midi aus der Corner. Und jetzt dachte ich mir so. Alter. Eine Minute. 6 Punkte. Jetzt muss jeder Move sitzen. Jetzt noch ein Bucket. Und dann war es das. Derrick Rose auf Saric. Ich kriege das Pick und Faden. Nichts hat er gut gemacht. Der Layup geht nicht rein. Offensiv Rebound ist da. Aber das war gut verteidigt. Ich hätte rauspassen sollen. Ich sehe jetzt gerade im Schnitt, dass da Vince Carter Sperrangel weit offen stand. Gegner kriegt wieder den Midi. Macht ihn zum Glück nicht rein. Und jetzt muss er foulen. Und er foult Yannis. Und das ist auch immer nur eine Sache, wo man sagt. Okay, den musst du erstmal machen. Aber ich mache ihn rein. Nummer 1 ist gut. Und Nummer 2 wird auch gut sein. Und damit calle ich Game. Der Gegner hat noch ein paar Aktionen. Ich will das Video ausklingen lassen mit den letzten Würfen hier. Der geht nicht rein. Bedanke mich für den krassen Support in der letzten Zeit. Also klar, wenn das Game rauskommt, kommen immer viel mehr Leute auf den Kanal. Das war mir schon klar. Aber dass es so viel ist, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Vielen, vielen Dank dafür für die ganzen Abos, für die ganzen Likes, die netten Kommentare. Und einfach, dass ihr auch im Stream dabei seid. Das macht immer nochmal doppelt Spaß, wenn einige Leute da sind, die auch mal eine Frage stellen und so weiter. Das war das Game. Das waren die zwei Games. Wir haben jetzt drei Online-Showdown-Matches und haben drei Siege geholt. Schreibt mal, wenn es für euch wichtig ist, eure Statistik rein. Ich bin jetzt aktuell noch ohne Niederlage. Das fühlt sich immer gut an. Ich bin gespannt, wie es sich dann anfühlt mit der ersten Niederlage, um dann abzuchecken, wie das dann ist, was ich da vorhin gesagt habe. Mit der mentalen Gesundheit der Player. Ja, ansonsten kommt noch Pick'n'Roll und Offensive Settings. Schaut nochmal durch die anderen Videos durch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.